So, hier fehlen die Figuren. Wir haben leider keine Seite gefunden. Hier fehlt doch etwas. Ach echt. Wo ist denn noch was, was ich machen kann? Karte. Karte. Früher stand wenigstens, was die Zeichen bedeuten. Aber wenn ich die Karte jetzt richtig interpretiere, haben wir gar nichts mehr zu tun. Hä? Sieht bis jetzt ganz easy aus, sagt sie. Wir kümmern dich auf. Geht wohl auch nicht, ne? Ach so, ach. Oh, lol. Wir haben das gruselige Kinderbuch noch. Papa war ganz sauer auf mich. Er hat mich angeschrien, doch seine Augen sahen seltsam aus. Er hat gar nicht mehr wie Papa ausgesehen. Ich habe Angst. Hoffentlich passierte das nie wieder. Ach so. Ach so. Okay, wir reißen einfach wieder in ein bisschen Bilder rein. Das ist eine Blume. Das war jetzt echt schwer. Stammbaum. Brandon sieht sehr verergered aus. Das mag eben wieder fahrend sein. Billy gucken wir uns gar nicht an. Das ist so interessant. Projekt. Inspideum. Ich kann kein Latein. Aha. Kaputter Sessel. Alles kaputt hier. Da fehlen Teile. Flügel oder was? Ah. Okay, was haben wir hier? Noch ein Flügel. Dreck mal abhauen hier. Tschüss. Oh, ich kann nicht abhauen. Das ist nur ein Wimmelbild. Was sollen wir denn machen? Ach, wir sollen Sachen finden. Okay, ein Wecker. Da. Ein Bild. Lass mich gerade, wir müssen das Bild erst malen. Ich meine, passt natürlich hier so Schneedingen und dann mal Schneeschön im Sommer. Was auch immer. Die Musik ist gerade extrem laut auf meinen Ohren. Äh, eine Feder. Nüsse, Handschuhe. Was sind die Nüsse? Herz mit Flügeln. Ein Deckel oder was ist das? Das brauchen wir auch kümmer wahrscheinlich gleich, würde ich vermuten. Äh, was? Was ist denn hier eine Feder? Das sind die Handschuhe? Eine Melone. Eine Melone im Winter. Hätte ich gerne, kriege ich nicht. Seid wir ehrlich. Oh, das ist denn hier eine fucking Melone. Der Rest. Oh, das ist die Feder. Äh, das Herzensding. Herz mit Flügeln. Eine Melone. Da kann man auch nichts machen. Nein, ich will doch nicht zurückgehen. Mann. Schön was aufdrücken. Ah, das ist die Melone. Gut, hätte man wissen können, ne? Nur, als wären die Dinger immer markiert, die du bauen musst. Aber, naja, heute nicht. Einen Deckel und einen Ring bauen wir noch. Wohin damit? Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Guck dir die Gegend an. Was ist denn das? Vielleicht der Spiel ist, ich weiß damit, was ich da machen soll. Es ist was zum Durchgucken, das weiß ich. Ich gucke mit dem Fernglas auf den Engel und sehe dann ein Nest. Und kann es dann rausnehmen. Jetzt möchte ich eigentlich verarschen. Spiel. Oh, da war der Deckel. Ah, hab ich sogar recht gehabt. Das können wir dann da einsetzen. Und wir kriegen einen Stammbaum. Da dürfen wir wahrscheinlich später rumschieben. Jee. So. So, die Dinger sind hierfür. Tatsache. Schiebe die Dietriche in das Schloss hinein. Wähle die Mitteil aus, um sie nach oben und unten zu schieben. Wähle dann die Pfeile und die Dietriche aus, um sie zu verschieben. Okay. So, die Dinger sind hierfür nicht drin. Okay. So, die Dinger sind hierfür nicht drin. einschieben? Frag ich mir ja so. So, da komme ich nicht, okay. Hm, das passt irgendwie nicht, würde ich behaupten. So, so. Ob ich jetzt auch noch die richtige Position von den Dingern finden, oder wie? So, das passt ja jetzt, ne? Aha, aha. Stimmt wohl nicht. So, die beiden sind das Problem, okay. Hm, hm. Oh. So. Achso, die, ach, die muss einfach nur ganz rein. Alles klar. Ja. Meine geliebte Anna. Oder Anne. Kann das mal sein? Äh, nein, ist aber Anna. Er mag uns scheinbar. Ein Messer. Das ist, glaube ich, ein früherer Detailsteil. Kann das sein. Eine gruselige Puppe. Einmal die Figuren wieder. Die Zwillinge. Aha, aha, aha. Ein Chameleon-Objekt. Ein Chameleon-Objekt. Chameleon. Und ein... Was mir nicht angezeigt wird. Ah. Ist das am Kontinent? Da fehlt natürlich auch was. Hätte ich fast nicht gesehen. Gut, zwei Kontinente haben wir schon mal. Ah, das ist sogar die alte Puppe. Könnt ihr uns nicht diesmal unterstützen, dass die Aufgaben machen? Bitte. Ich will doch gar nicht. Noch ein Kontinent. Ganz schön scharf. Ich muss meine Hand schützen. Ach schalte, die packen ich nochmal rein. Hätte ich lustig gefunden. Geht natürlich nicht. Ein Helsch. Kommt's hier. Natürlich. Hattet ihr jemals Zweifel an Gymtels? Ich nicht. Kippa. So, was ist das? Eine Sicherung. Ein Bildfragment. Reicht das schon? Fährt immer noch ein Teil. Ich nehme noch eine Wumpenwitz. Können wir die mit Sicherung laden? Aber was ist das jetzt hier? Ein Handschuh. Der hat einen Handschuh in der Waffe versteckt. Alles klar. Gut, dass er jetzt die andere nimmt. Und der Richard. Der Richard. Der Richard, der böse Bube. Ist da. Steht ganz schön fest. Wie komme ich das heraus? Gut. Nö. Natürlich nicht. Wäre leider zu leicht. Schade. Dann gehen wir erstmal zurück. Da. Fertig. Hier war nix. Dann tun wir hier mal Richard einfügen. Geil. Dicke Klunker haben die Grays. So. Was machen wir mit dem Klunker? Und den Klunkern. Okay, ich hätte den Klunker gar nicht aus Staub gemacht. Nach Malol oder so. Sie schneidet damit einfach ein Glas auf und wirft ihn weg. Okay. Ich stelle das Bild wieder her. Wähle ein Teil aus und dann die Stelle wo es hin ist. Oh. Was? Wir dürfen... Was? Wir dürfen frei... Wählen wo was hinkommt? Holy shit. Das ist so... Das ist so viel Freiheit. Das bin ich nicht gewohnt. Das bin ich nicht gewohnt. Damit komme ich nicht klar. Das passt aber auch nicht, würde ich sagen. Das passt auch nicht. Das passt aber... Oh. 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 Was denn los mit dir? Oh. 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 about to know. Oh! Oh ho ho ho. So, das können wir hier... Meißen. Meißen. Raechen das jetzt auf? Weil das ja schon öfters aufgebruchen wurde. eine Pinzette, was ist das? Säurecam, wie gerufen? Natürlich kommt die Säure, wie gerufen? Was ist das? Eine Schriftrolle. Tintenentwickler? Tintenentwickler? Was? Oh nein. Will wurde zusammen. Und jetzt müssen wir das alles hier sortieren. Ja gut, kann man mal machen, ne? Äh, wir brauchen was ganz Spitzes hier. Ist das so korrekt, oder muss das ein Blaues sein? Es gibt kein spitzes Blaues, ne? Ne, nicht wirklich. Eben was geschwungenes. Will vielleicht hier? Das könnte sogar passen. Okay. Eben was schnörkeliges hier. Mit ganz viel Glamour an der Seite. Das scheint ja auch zu stimmen. Das scheint ja auch zu stimmen.